Ich sag komme, ihr sagt die. Komme. Die. Komme. Die. Komme. Die. Komme. Die. Perfekt. Das ist überragend, ey. Wenn das am Anfang funktioniert, Leute, das nimmt mir so den Druck aus der ganzen Kiste, ne. Ja, dann weiß ich auch hier, ne. Hier kann gar nichts mehr anbrennen, ne. Die nächsten Minuten werden euch die Schuhe ausziehen, auf jeden Fall, ne. Das werden euch sowas begeistert. Ja, mein Name ist René Kasper, ich bin Lehramtsstudent an der Uni Köln. Äh, ein bisschen länger schon. Ähm, ich bin jetzt im... Sommersemester. Nein, Spaß. Ich bin im, äh, im 16. Sommersemester.